Neuere deutsche Literaturgeschichte online Symbolismus ist dabei ein Begriff, den die betreffenden Autoren selbst vermieden haben, aber einen besseren gibt es nun einmal nicht, denn auch im Falle des Naturalismus handelt es sich um einen strikten Ästhetizismus. Beide Stilrichtungen verstehen sich im Sinne Rimbauds als strikt modern. Diese Parole ist gerade auch bei deutschen Autoren der damals jungen Generation auf großes Interesse gestoßen, wie in aller Deutlichkeit etwa das 1886 veröffentlichte Manifest der Freien Literarischen Vereinigung Durch in Berlin zum Ausdruck bringt. Die sechste These lautet rundheraus, unser höchstes Kunstideal ist nicht mehr die Antike, sondern die Moderne. Verfasst hat dieses Manifest der den Naturalisten um Gerhard Hauptmann nahestehende Literaturwissenschaftler Eugen Wolf, der etwa zur gleichen Zeit auch einen Aufsatz unter dem Titel »Die Moderne« veröffentlicht, in der sein poetischer Zukunftsenthusiasmus mit allem Nachdruck zur Geltung kommt. Im Übrigen sei die modernste Poesie eine Abschilderung aller Strömungen des modernsten Lebens. Diese modernen Ideen, diese modernsten Kämpfe sind die Seele der modernsten Dichtung. Keine Epigonen der großen Vergangenheit sollen mehr sein, sondern Progonen einer großen Zukunft. Und zukunftsfreudig, siegesgewiss klinge das moderne Lied. Die literaturgeschichtliche Konstellation im ausgehenden 19. Jahrhundert lässt sich vielleicht folgendermaßen auf den Punkt bringen. Die markantesten Innovationen laufen darauf hinaus, den Kunstanspruch des Realismus weiter zu forcieren und im Bewusstsein der Moderne einen konsequenten Ästhetizismus zu etablieren. Das heißt, die Eigenständigkeit der Poesie wiederum zu behaupten. Und zwar unter erneut erschwerten Bedingungen. In diesem Sinn lässt sich der Naturalismus als Radikalisierung bzw. Intensivierung des lebensweltlichen Bezugs der realistischen Literatur verstehen, während der alternative Symbolismus sich in vergleichbar radikaler Weise von der Realität distanziert und eine strikte Autarkie der Dichtung in Abkehr von den Regeln der Alltagswelt behauptet. Leitfiguren sind dabei für den Naturalismus Gerhard Hauptmann und Stefan George für den Symbolismus. Gerade an Hauptmanns Erzählung Bahnwerter Thiel von 1888 zeigt sich gut, was den Naturalismus mit dem Realismus verbindet und worin die neue Schreibweise trotzdem davon abweicht. Zwar arbeitet Hauptmann in seiner novelistischen Studie noch immer in realistischer Manier mit Symbolen, um die Logik der Handlungsentwicklung zu kommentieren. Indem es nun aber nicht mehr um Lebensläufe der bürgerlichen und oder ländlichen Mittelschicht geht, sondern sozial entschieden abgesenkt um das Schicksal eines Arbeiters, kann und darf jetzt auch die konkrete Körperlichkeit in den Vordergrund treten. Insofern respektiert der Naturalismus noch immer das traditionelle Gebot der Pienseance, beziehungsweise des Abtum, in dem die niedere, weil körperlich motivierte Triebhaftigkeit, eben an der Unterschicht zur Geltung kommt und nicht an der besseren Gesellschaft. Im Realismus der Jahrhundertmitte wäre es jedenfalls noch undenkbar gewesen, die derbe Körperlichkeit von Thiels zweiter Frau derart unbeschönigt zur Sprache zu bringen. Ihre vollen, halbnackten Brüste blähten sich vor Erregung und drohten das Mieder zu sprengen, und ihre aufgerafften Röcke ließen die breiten Hüften noch breiter erscheinen. Eine Kraft schien, von dem Weibe auszugehen, unbezwingbar, unentrennbar, der Thiel sich nicht gewachsen fühlte. Der Naturalismus kann insofern als Zuspitzung des Realismus verstanden werden. Der entschiedene Verzicht auf jede realismustypische Verklärung, die den echten Schmerz im Rückblick zu Wehmut abgemildert hat, er zeigt an, worin der Naturalismus darüber hinausgeht. Die etablierte Poetisierungsstrategie wird aufgegeben und trotzdem muss das Hässliche, Abstoßende, Entsetzliche seine poetische Qualität bewahren und über Sprache wirken. Heinrich Hart erläutert das 1889 genau. Die Kunst ist ferner Nichtdarstellung des Schönen. Poesie ist die Gestaltung alles dessen, was das Innere des Menschen bewegt und jener Vorgänge, jener Wirklichkeiten oder auch Gedanken, welche die Bewegungen wachgerufen haben, und zwar Gestaltung mittels des Fantasie- und Empfindung erregenden Wortes, Wortgefüges und Lautes. Die ganze Welt ist Mithinstoff der Poesie. Nichts kann von der Behandlung durch den Dichter ausgeschlossen werden, denn alles, das Kleinste wie das Größte, das Angenehme wie das Abstoßende, übt Erregungen aus. Aber das Erregende, das Empfundene, muss gestaltet werden, wenn es in Poesie umgeschmolzen erscheinen soll. Die berühmteste Formulierung des naturalistischen Konzepts stammt hingegen von Arno Holz und sie findet sich 1891 in dessen großer Abhandlung Die Kunst, ihr Wesen und ihre Gesetze. Holz setzt sich darin durchaus nicht unironisch mit der aus Frankreich kommenden Literaturtheorie auseinander, die im Geist des soziologischen Positivismus auch die Kunst rationalen Gesetzen unterwerfen will. Kunst ist gleich Natur minus X. Gemeint ist damit die ästhetische Zielsetzung des Naturalismus. Das literarische Werk so weit wie möglich der Lebenswirklichkeit anzugleichen und dabei doch dafür zu sorgen, dass es als Kunst erkennbar bleibt. Daher steht das X für alles das, was das Kunstwerk von der Realität unterscheidet. Im Theater zum Beispiel die Notwendigkeit, eine Alltagssituation durch das Bühnenbild zu imitieren, das aber nie ein echtes Wohnzimmer oder ähnliches sein kann. Zum X gehören neben solchen technischen Unvermeidlichkeiten und sonstigen gattungsbedingten Umständen etwa auch die subjektiven Gegebenheiten des Autors. Immer aber geht es darum, das X so klein wie möglich zu halten, weil eben darin die ausschlaggebende künstlerische Leistung gesehen wird. In dieser Hinsicht hat Arno Holtz seine Formel wenige Seiten später noch erläutert. Die Kunst hat die Tendenz, wieder die Natur zu sein. Sie wird sie nach Maßgabe ihrer Reproduktionsbedingungen und deren Handhabung. Für Erzählprosa und Drama, die beiden wichtigsten Formen der naturalistischen Dichtung, realisiert sich das in den Schlagworten Sekundenstil und Milieu. Unter Milieu ist hier zu verstehen, dass das Handeln der Figuren kausal aus ihren sozialen und historischen Lebensbedingungen heraus motiviert sein muss. Der Begriff Sekundenstil betrifft demgegenüber eher die Prosa und meint dort, dass so zu erzählen ist, dass die Zeitdauer des Erzählens mit der Dauer des Erzählten so weit wie möglich übereinzustimmen hat. Als Referenztext, an dem sowohl die technischen Besonderheiten des Naturalismus als auch dessen poetisch-ironische Grundausrichtung deutlich sind, lässt sich Gerhard Hauptmanns streng klassizistisch aufgebautes soziales Drama vor Sonnenaufgang anführen, 1889 in einer Privataufführung des Berliner Vereins »Freie Bühne« erstmals inszeniert. Auffällig sind in der zeitgleichen Buchausgabe zum einen die ungewöhnlich weitläufigen Regieanweisungen, zum anderen die beigegebenen Skizzen für die beiden Bühnenbilder, in denen die fünf Akte spielen. Dass man die dramatische Handlung in ihrer Sozialkritik nicht allzu ernst nehmen darf, das signalisiert allein schon der Name des schlesischen Bauerndorfes, in dem alles lokalisiert ist. Witzdorf. Alles am Personal und Geschehen ist extrem überzeichnet. Eine weit mehr poetisch als moralisch motivierte Karikatur des tatsächlichen Dorflebens. Vor Sonnenaufgang spielt unter Bauern, deren unerhörter Reichtum von Kohlevorkommen auf ihrem Grund herrührt. Weil Bäuerlichkeit und Vermögen nun aber nicht gut zusammenpassen, ist die Familie in jeder Hinsicht zerrüttet. Als Alkoholiker kennt Vater Krause keinerlei Hemmungen mehr und tritt sogar den eigenen Töchtern bei weitem zu nahe. Dem Alkohol verfallen ist auch die ältere, mit Ingenieur Hoffmann verheiratete Tochter Martha, deren erstes Kind sich im Alter von zwei Jahren auf der Suche nach Schnaps tödlich verletzt hat. Ausgelöst wird die Handlung durch das Auftauchen einer außenstehenden Figur. Der sozialistisch engagierte Alfred Loth will die Lebensverhältnisse der Kohlearbeiter untersuchen und kommt zufällig ins Haus der Krauses, wo er zum einen auf seinen Jugendfreund Hoffmann trifft, zum anderen aber der jüngeren Krause-Tochter Helene begegnet, die bei den Pietisten in Hernhut eine höhere Ausbildung genossen hat und daher als einzige ihrer Familie kein Dialekt spricht. Für Helene verkörpert sich in Alfred Loth die ersehnte Hoffnung, ihren elenden Lebensumständen zu entfliehen und beide kommen sich in der Tat schnell näher. Der Arzt Dr. Schimmelpfenig, einst Loths Kommilitone, klärt Loth jedoch über die extreme Degeneration des gesamten Dorfes auf und er weist ihn überdies darauf hin, dass in der Familie Krause der Alkoholismus verbreitet ist. Weil Loth darin eine Erbkrankheit sieht und fürchtet, dass Helene kranke Kinder zur Welt brächte, begnügt er sich mit einem Abschiedsbrief und macht sich heimlich davon. Martha bringt ihr zweites Kind tot zur Welt, Helene entdeckt Loths Nachricht und scheint daraufhin, im Nebenzimmer Selbstmord zu begehen. Gezeigt wird aber nur das stumme Entsetzen der Magnihle. Dem klassizistischen Dämpfungsgebot folgend, wird das Grässliche also nicht auf offener Bühne vorgeführt, sondern als eine Art Botenbericht nur indirekt mitgeteilt. Alles in allem lässt sich Hauptmanns vor Sonnenaufgang als literarische Inszenierung eines chemischen Experiments verstehen. Zwei unverträgliche Stoffe werden miteinander in Verbindung gebracht, Bäuerlichkeit und Reichtum und es kommt zu einer Art Knallgasexplosion. Alfred Loth übernimmt dabei die Rolle eines Katalysators, der die heftige Reaktion zwar auslöst, daraus aber unverändert hervorgeht. Insofern gilt auch für vor Sonnenaufgang den Prototyp des naturalistischen Dramas, was Hugo von Hoffmannsthal 1897 in einem kleinen Aufsatz in den Blättern für die Kunst hervorhebt. Die Leute suchen gern hinter einem Gedicht, was sie den eigentlichen Sinn nennen. Sie sind wie die Affen, die auch immer mit den Händen hinter einen Spiegel fahren, als müsse dort ein Körper zu fassen sein. Nicht auf die empirische Realität hinter den poetischen Texten kommt es also an, sondern auf das, was jeweils die literarische Kunst ausmacht. Entscheidend sind die Texte in ihrer dichterischen Qualität, nicht ein irgendwie gearteter Sinn, der auf die Lebenswirklichkeit zu beziehen wäre. Erst recht gilt dieses Prinzip für den Symbolismus, speziell für die Dichtung Stephan Georgis, die die Blätter für die Kunst programmatisch unter die aus Frankreich übernommene Parole eine Kunst für die Kunst stellen. Vor dem Hintergrund immer noch der frühromantischen Definition aller Poesie als Gemüterregungskunst beschreibt Karl August Klein, der Herausgeber der Blätter für die Kunst, die Dichtung seines Meisters Stephan George als Musik in Worten. Die Form dieses Werkes ist im strengsten Sinn klassisch. Hier gibt es keine falschen, unreinen Reime mehr, keinen einzigen leichtsinnigen Fehler im Takt und ein seltener Reichtum. Dasselbe Wort wiederholt sich niemals im Reim. Und kein Herz und kein Schmerz mehr, auch kein mattes Aufhelfen mit Freundesherz und Todesschmerz. Alles das gilt nicht mehr. Durch genaue erwogene Wahl und Anhäufung von Konsonanten und Vokalen bekommen wir einen Eindruck ohne Zutat des Sinnes. Jubel und Trauer, Glätte und Härte, Nacht und Licht fühlen wir, ohne dass wir die Begriffe dastehen haben. Ganze Verse dünken uns aus einer anderen Sprache und versetzen uns in seltsame Unruhe. Alles läuft auf eins hinaus. Den großen Zusammenklang, wobei wir durch die Worte erregt werden wie durch Rauschmittel. Als stärkster direkter Einfluss ist in diesem Zusammenhang auf die Lyrik Stéphane Mallarmés zu verweisen, mit dem Stephan George in jungen Jahren auch persönlich in Verbindung gestanden hat. Mallarmés Definition des Symbolismus bezeichnet präzis auch die poetischen Verfahren Stéphane Georges. Ein Gegenstand beim Namen nennen, das heißt drei Viertel vom Genuss der Dichtung unterdrücken, der doch im allmählichen Erahnen besteht, ist suggerieren. Damit hat man den Traum. Es ist die perfekte Anwendung dieses Geheimnisses, was den Symbolismus ausmacht. Stück für Stück ein Gegenstand evozieren, um einen Seelenzustand aufzuzeigen. Oder umgekehrt, einen Gegenstand wählen und durch eine Abfolge von Entzifferungen daran, einen Seelenzustand freizusetzen. Wie sich das in der poetischen Praxis darstellt, lässt Vogelschau, ein Gedicht von 1892, wahrnehmen. Weiße Schwalben sah ich fliegen, Schwalben, Schnee und Silberweiß, sah sie sich im Winde wiegen, in dem Winde hell und heiß. Bunte Häer sah ich hüpfen, Papagei und Kolibri, durch die Wunderbäume schlüpfen, in dem Wald der Tusferi. Große Raben sah ich flattern, Dohlen schwarz und dunkelgrau, nah am Grunde übernattern im verzauberten Gehau. Schwalben sehe ich wieder fliegen, Schnee und silberweißes Schar, wie sie sich im Winde wiegen, in dem Winde kalt und klar. Dohlen schwarz, grey, schwarz, schwarz. Vielen Dank.